Moin Leute, heute geht es weiter mit unserer Ausmotten Reihe zum Bike. Diesmal ist es die Kette und bleibt dran, denn am Ende des Videos habe ich noch etwas für euch zu verkünden. Ja wie schon in unserem ersten Video zum Ausmotten gesagt, die Kette ist auch wichtig und deshalb wollen wir uns heute damit beschäftigen. Als erstes sollte man natürlich darauf achten, ob die Kette irgendwie rostig ist oder sonst was. Das macht man einfach, wenn man Hauptständer hat, dann schlägt man das Motorrad schön auf den Hauptständer. Beim Seitenständer muss man das Motorrad natürlich draufsetzen und ein bisschen nach vorne und nach hinten fahren. Beim Hauptständer kann man einfach das Hinterrad ein bisschen bewegen und dann schaut man sich Kette und hier das Blatt und schaut noch ein bisschen nach vorne, ob man da irgendwo Rost an der Kette sehen kann. Wenn ja, dann sollte man umgehend eigentlich den kompletten Kettensatz wechseln. So, wenn man sich jetzt angeschaut hat, ob die Kette Rost hat, hat sie nicht, kommt der nächste Test. Man nimmt sich dafür einen Finger oder hier einen Schraubenschlüssel und lässt dann wieder Draht ein bisschen laufen und schaut nach, wo die Kette Spiel hat und wo sie ein bisschen schlaffer ist. Kann man von oben und von unten machen. Ja, hier ungefähr, ist er am strammsten. So, dann macht man sich die strammste Stelle ungefähr zwischen Ritzeln und Blatt, dass sie ungefähr hier so ist und macht sich jeden Tag ein wenig locker. Ja, einfach mit einem Schraubenschlüssel dann hier. Mehr als ein, zwei Umdrehungen braucht man noch gar nicht dafür. Also echt nur ganz wenig. So, nochmal und dann reicht jetzt auch schon. Als nächstes muss man jetzt, je nachdem was man für den Verschluss hinten dran hat, beziehungsweise was für eine Einstelloption man hat, muss man jetzt die Kontermuttern lösen. Falls ihr hier noch so einen Sicherheitsstift durch die Mutter habt, müsst ihr die natürlich auch noch lösen, bevor ihr die Mütter von der Hinterachse aufzieht. So, dann kommen wir hier in die Kontermuttern. Eine. So, noch um. Eine. Links. Auch noch in die falsche Richtung bringen. Tolle Idee, Felix. So, jetzt aber. Dann haben wir die Kontermutter auch ausgedreht. Und dasselbe nochmal auf der anderen Seite. So. Und jetzt ist man schon in der Lage, die Kette zu spannen. Das macht man, indem man hier und hier hinten ein kleines Schraubchen dreht. Und dann bewegt man praktisch das gesamte Hinterrad nach hinten. Dadurch wird die Kette länger, beziehungsweise gespannter. Wie man sieht, haben wir hier auch die Kette noch komplett lockerer. Einfach dadurch, dass das Hinterrad komplett ausgefedert und unbelastet ist. Darum wundert euch nicht, dass wenn ihr das Rad nicht belastet, euch die Kette immer ein bisschen lockerer vorkommt, als wenn das Rad komplett belastet ist. Dann geht man hier in ganz kleinen Drehungen nur vor. Immer links, rechts, links, rechts. Weil das Hinterrad sonst schief sitzt. Also man muss echt darauf achten, dass das Hinterrad schon gerade wieder sitzt. Wofür es auch hier so eine kleine Anzeigereihe mit Vertiefung gibt. Das hört man hier auch, wenn ich da mit einem Schraubenschlüssel drübergehe. Und wenn man jetzt darauf geachtet hat, dass das Rad gerade steht, macht man wieder Folgendes. dann schaut eben, wie sieht es mit dem Spiel aus. Und wenn das dann in Ordnung ist, das sind je nachdem zwischen zwei und fünf Zentimeter. Das muss man aber in seinem Handbuch nachschauen, das zeigen wir euch gleich noch. Und dann schraubt man es wieder fest. Dafür nimmt man sich wieder hier den Schraubenschlüssel dahin, den Schraubenschlüssel dahin. Nachdem wir jetzt alle Schrauben wieder festgezurrt haben, kommen wir zum nächsten Schritt, um noch die Kette richtig zu pflegen. Dem Kettenspray. Das ist auch ganz einfach, da legt man sich am besten noch irgendeinen Lappen oder sonst was unter die Kette, damit man den Boden nicht versaut. Wir machen das hier jetzt einfach mit zwei Silvers oder drei. Wir haben ja genug davon. Und dann sprühen wir das gleichmäßig auf die Kette, während wir die Kette eben drehen. So, einmal rum. Wo habe ich den Deckel gelegt? Dahin. Und das war es auch schon von der Kettenpflege. Und so sieht das Ganze dann auch im Handbuch aus. Hier ist dann das Inhaltsverzeichnis. Wundert euch nicht, wenn das ein bisschen abweicht von dem Bike. Der Clemens hat nämlich seinen Handbrunnen nicht mehr gefunden. Deshalb muss jetzt meins hier halten. Und dann schaut man sich das hier an. Man geht hier schön durch. Seite 55, das ist die Lattung. Dann schaut man sich hier an. Okay. Da haben wir auch schon die Bremssicherheit, Antriebskette. Da ist die Antriebskette. Okay. Man geht dann rüber. Siehe Seite 74. Und dann hat man hier auch alles. Wie das alles aussehen muss mit dem Spiel. Abwand, die Ritzel dann wieder verschlissen sind und so weiter und so fort. Wie oft man das einstellen sollte. Wie genau das dann aussieht. Auch mit dem roten Bereich, wie es einige Motorräder haben. Dass man eben sehen kann, okay. Wir haben jetzt das Hinterrad soweit nach rechts gespannt. Da muss jetzt unbedingt eine neue Kette einfach drauf. Und dann steht irgendwo immer der korrekte Durchgang. Das ist ja hier bei der CBR. Von mir wären es 25 bis 35 Millimeter. Das versteckt sich dann irgendwo einfach in diesem Text. Man sollte sich das auf jeden Fall durchlesen, bevor man es macht. Das ist extrem wichtig alles. Allgemein, wie es schon immer steht. Handbuchformlos fahren durchlesen. Und das war dann auch die Theorie. Jetzt, wo wir mit der Kette fertig sind, möchte ich noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache machen. Wie ihr sicher wisst, kommt am 20.03.2015 das Videorennspiel Ride heraus. Wir haben auch schon in einer News-Folge darüber berichtet. Schaut sie euch an. Ja, am 20.03. machen wir dann zwischen 8 und 9 Uhr einen Livestream. Beziehungsweise dann fangen wir an. Der gute Clemens und ich. Dann spielen wir einfach ein bisschen auf der PS4. Erzählen was dazu. Ich hoffe, wir sehen natürlich viele von euch im Chat wieder. Und 11 Tage später kommt dann auch eine Review von Clemens und von mir eigenständig zum Spiel raus. Der Clemens reviewt das Spiel auf der PS4. Und ich werde das Spiel auf dem PC reviewen. Ja, Freunde. Ich muss noch mal kurz eine kleine Ankündigung machen. Weil das, was Felix gesagt hat, ist prinzipiell nicht falsch. Allerdings haben es die Entwickler von Milestone gedacht. Verschieben wir den Release-Domore um eine Woche nach hinten. Heißt auf den 27. März. Und somit verschiebt sich unser gesamter Teilplan auch um eine Woche nach hinten. Trotzdem werden wir den Stream am 20. machen. Weil am 18. kommt die Beta raus für das Spiel. Allerdings kommt auch am 27. wahrscheinlich ein Stream. Zu dem Spiel. Je nachdem wie der am 28. ankommt. Oder wie wir Lust haben. Die Reviews verschieben sich auch um eine Woche. Was ja eigentlich klar ist. Weil wir brauchen ja ein bisschen Zeit um das Spiel zu testen. Voraussichtlich werden die Reviews also eine Woche nach Release kommen. Allerdings dann nochmal am Dienstag. Ja. Genaue Daten kriegt ihr dann im Laufe der nächsten Tage auf Facebook. Das müssen wir dann nochmal absprechen. Wie wir das zeitlich organisieren. Dann sind ja auch Ferien und so. Das sollte schon hinhauen. Gut. Damit werden dann auch unsere neuen Reviews eingeläutet. Danach kommen dann wieder Reviews alle drei Wochen hoffentlich. Bei Reviews muss es natürlich dann immer im Wetter hinhauen und so weiter. Naja. Ähm. Wir werden sehen. Was die Zukunft bringt. Äh. Gut. Ich labere hier auch schon wieder viel zu lang. Das Video ist auch schon wieder viel zu lang geworden. Ja. Und eben hier bleibt nichts viel zu sagen. Also ihr seht Felix auf der Endcard. Ihr seht mich in diesem Video nicht mehr. Also sage ich Ciao und bis die Tage. Willkommen auf der Endcard. Da oben kommt ihr zu unserem letzten Video dieser Tutorial Reihe über die Batterie. Darunter kommt ihr in den nächsten Wochen zu allem über Ride. Da unten könnt ihr uns abonnieren und auf Facebook auschecken. Unter mir steht wann das nächste Video raus kommt und ich sage Ciao und bis die Tage.